Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse nun für Donnerstag, den 22.04.2021 und unser DAX, der lauert hier schon auf seine nächsten Opfer, ist noch genau in seinem kleinen Psychoterror, den wir hier letztendlich vorgestern schon rein interpretiert hatten. Wir hatten an dem Zeitpunkt, glaube ich, gesagt, dass der Markt wunderbar eben hier unten jetzt ausspielen könnte, dass die Leute hier oben rausgestoppt wurden, dass er dann nochmal hier einmal unter die ganzen Tiefs drunter flatscht, dass man hier aufpassen soll, dass er zum Dienstag dann eben durchaus, wenn er am Nachmittag auch noch tief bringt, eben einfach mal sich hier reinholen, um das Fressen zu holen und weil ganz viele dann eben hier wieder, die von hier Short reingegangen sind, dann eben doch wieder zurückkommen zum Markt. Erinnert euch an die Worte, die wir verwendet haben. Wir haben gesagt, hier müssen halt die Leute aufpassen, die dann hier oben rausgeflogen sind, dass sie sich hier nicht in die Euro treiben lassen, dass sie, weil viele eben dann einfach wieder hier in den Markt reinkommen und dann sagen, ach Gott, eigentlich haben sie schon aufgehört und ausgezahlt und jetzt gehen es dann doch nochmal das Risiko ein. Sie sehen ja, jetzt fällt der Markt wirklich, sie haben ja die ganze Zeit recht gehabt, sie haben ja die ganze Zeit gewusst, der fällt, jetzt fällt da, jetzt haben wir hier Trendwechselsignale und so weiter, jetzt probieren sie es nochmal und haben dann aber natürlich nicht mit dieser Bewegungsfreiheit, können die einen Stop-Loss dann eben nicht mehr ganz so lukrativ oder nicht mehr ganz so effizient eben einfach drüberwerfen. Der liegt dann hier irgendwo in der Mitte drin und zack, werden die weggeholt. Und ich glaube, der ist noch genau da drin halt. Der macht jetzt noch aktuell genau das, was wir hier haben wollten, bringt jetzt hier gerade seinen Rücklauf drin. Ich könnte mir vorstellen, dass der zum Donnerstag ein bisschen ins Holpern kommt, ein bisschen ins Stocken kommt. Man hat es gemerkt, zum Dienstag haben wir ja gesagt, er hat noch gar nicht so richtig die Leute da unten short reingekriegt und die Longs dann sich raus. Das hat er jetzt zum Mittwoch ganz gut hingekriegt, glaube ich, dass hier unten, haben sich doch einige sehr, sehr, sehr schwer damit getan, dann plötzlich mit dieser Drehung und diesem aufgekauften Tief, was da plötzlich reingestellt wurde. Normal müsste er den Markt in dem Moment, wo er ein neues Tief stellt, dann eben nach unten loszünden. Das hat er nicht getan, hat aber auch wirklich offensiv mit langen grünen Kerzen direkt gleich kommuniziert, so nach dem Motto, nein, ich keinen Bock auf neue Tiefs, ich keinen Bock auf weitere Eskalationen, ich keinen Bock auf langen unten raus und da hat er jetzt genau das geschafft, was man hier haben wollte. Der hat hier unten die Leute rausgetrieben, die hier oben und so weiter, hat jetzt zum Umdenken gebracht und jetzt perfekt, also psychologisch betrachtet, das ist ein Freudenfest. Also ich weiß nicht, ich habe nicht Psychologie studiert, aber ich könnte mir vorstellen, jemand, der das kann oder der das gemacht hat, der sitzt davor und denkt sich, ja, das ist ja wie nach Lehrbuch halt, nach technischem Lehrbuch ist es nicht ganz, aber psychologisch ist das Wahnsinn, was der gerade macht, weil er spielt genau, wenn man sich das Video von vorgestern nochmal anguckt, für den Dienstag, ist ja genau das, was wir eigentlich gesagt haben, was er hier abspielt halt. Also grundsätzlich der Trigger, ihr seht das, der ist nicht umgeklappt, hat einfach bloß mal kurz ein bisschen reingestochen, ein bisschen rumgeschnuppert, hat das nicht gekriegt, das bleibt aber weiter gilt, ich sollte der da weiter drunter wegsegeln, das kann er auch nachträglich noch nachholen, das ist nicht, weil das jetzt einmal nicht geklappt hat, dass das jetzt vom Tisch ist, also das bleibt weiter legitim, sollte da drunter kommen, gerade so für den Freitag sollte man das ein bisschen im Hinterkopf behalten, wir lassen die Pfeile mal stehen, die sind legitim und wenn der da drunter kommt, hier ist nicht viel halt links, das ist die 15.30, die 15.000, die da angelaufen werden kann, das ist quasi der eine Pfeil und der andere, das ist vollkommen legitim, also es sollte gut reinpassen. Wir sind jetzt hier im Rücklauf aktuell, haben wir das mittlere Band angelaufen, das ist schon mal erstmal ganz gut, die 2.70 hier so knapp getroffen, ich glaube ganz dran war er nicht, aber knapp getroffen, das war ja eins der Rücklaufziele, die wir oben hatten, dann haben wir die 3.35, 3.50 da oben noch, also diesen Bereich hier so rein, ich könnte mir vorstellen, dass er zum Start am Donnerstag da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, runterkommt, dann EZB-Sitzung und so weiter, da vielleicht nochmal ein bisschen Motivation holt, dann aber zum Abend hin, zum Nachmittag, eben wenn kein Druck reinkommt zum Donnerstag, wenn keine Dynamik reinkommt, dann kippt er gerne auch mal weg, ne, und dass er dann in den Freitag reinfällt und den Freitag auch nochmal durchziehen kann, würde mir persönlich am besten reinpassen und es würde auch, glaube ich, physiologisch hier den meisten Sinn ergeben. Jetzt hat der DAX nicht viel gekonnt nach oben eigentlich, wenn wir so gucken, von wo er kam, ist das gar nicht so krass viel, was er erholt hat, dass dann, ja, das sind knapp 60 Punkte über das gestrige Tageshoch drüber und die Leute sind total plötzlich, boah, der DAX steigt jetzt auf 16.000 und so weiter halt, ne, also, ja, es ist eine Erholung, aber muss man aufpassen, dass man das jetzt nicht überbewertet und noch nicht zu voreilig ist halt, ne, also, um Stärke zu beweisen, muss er noch ein bisschen was anderes zeigen, da reicht das noch nicht, ne, und insbesondere, wenn er jetzt eben zum Donnerstag wieder einen Eindorf verpasst kriegt, wieder auf die 1.80 zum Beispiel zurückspielt, das wäre jetzt von oben kommt eine gute Rücklaufmarke, ne, dass es die 1.80 vielleicht nochmal einspielt, dann nochmal oben ein bisschen rumprobiert, vielleicht mal an der 3.35, 3.50 rumarbeitet, äh, ansonsten wäre auch die 4.10 wäre super schön halt als Rücklaufmarke, mir persönlich aber dann ein bisschen zu hoch für ein negatives Setup, also für ein Negativ-Szenario, ähm, das würde dann, so würde das Sinn ergeben, aber das müsste dann, das müsste sich wirklich viel Zeit lassen, das müsste dann fast zum Montag noch bringen und bis dahin, dass irgendwie sich hier über die, das glaube ich, kriegt er nicht hin, das glaube ich, kriegt er nicht hin, von daher wäre das für mich ideal als Szenario, die 4.10 sollte die gleich am Morgen kommen, zum Beispiel am Mittwoch und der hier gerade durch, dann wäre das für mich bullig, dann wäre das schon so ein bisschen ein kleiner Ansatz von einem V und dann müsste man dann ein bisschen aufpassen, das glaube ich schon, ja, ähm, hinsichtlich oben, aber ich bleibe trotzdem dabei, für mich richtig bullig wird das erst wieder in dem Moment, wo der DAX hier über die 15.425 letztendlich dann drüber steigt, dann kriegt er von mir wieder Chancen auf 15.510, 15.550 und dann eben mehr, solange der jetzt hier da aber noch nicht drüber ist, ähm, wie gesagt, bewerte ich das noch nicht über und erst recht nicht, wenn er genau das macht, was wir haben wollen halt, ne, also da sehe ich jetzt keinen Grund, die Analyse anzupassen, er ist auf der Spur, klar, er hat unten rumgestänkert und eine Frage, ähm, da hat ein Fehlsignal letztendlich generiert, auch wenn es auf der Ebene kein, 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 kein Kerzenschluss drunter geworden ist, also auch kein Kerzenschluss unter den gestrigen, ähm, Kerzen, ne, sondern einfach nur kurz durchgestochen, ähm, hat er trotzdem im kleinen Neust-Wochentief hier gesetzt, so, und das Wochentief, das wurde gekauft, das ist erst mal ein kleiner Konter, ist aber legitim, um hier eben die Erholung einzuleiten, die ja so und so dran war, und, ähm, das, ich finde, das passt ganz schön. Wenn er das jetzt so ein bisschen hingezogen kriegt zum Donnerstag-Nachmittag, ähm, ich glaube, dann vielleicht bis zum Freitag hin, das sollte halt jetzt nicht gerade nach oben, ne, gerade nach oben wäre das sehr und mehr zu bullig, ne, aber wenn er hier so ein bisschen, ein bisschen anstattert und nochmal hier so, keine Ahnung, 1,80 oder so im Rücklauf, 200, 1,80 dann im Rücklauf, dann wieder ein bisschen auftreten, das ist vollkommen okay, das würde gut reinpassen, und könnte ich mir vorstellen, dass er dann erst mal noch ein paar Nachwählen auch bringt von dem, was um 8-3 ist, das ist schon, darf man auch nicht ganz vergessen, was jetzt hier passiert ist, so viele roten Kerzen, und so eine schöne Abwärtsbewegung und so viel Überraschungsmomentum auch auf der Unterseite haben wir lange nicht gesehen, und ihr dürft auch nicht vergessen, hier sind noch viele, die überrascht sind, die aus ihren Positionen dann nicht raus sind, halt, ne, es gibt so schon einige, die hier lange drinnen sitzen, ähm, aussitzen und da vielleicht jetzt auch keinen Stopp los drin haben, die vielleicht sogar ihre Shorts ausgehätscht sind, sowas ist auch Klassiker an so einer Situation, ne, Leute, die dann einfach ihre Shorts aushätschen, ähm, plötzlich tritt der Markt dann auf einmal um und die denken sich, was ist denn jetzt los, die ganze Zeit bin ich Short drin, ne, auf einmal habe ich Short ausgehätscht und jetzt fällt der Markt plötzlich und die sind dann nicht wieder reingekommen, weil die sind hier drin, da drin und hier drin stecken die, das sieht man immer an den Kerzen halt ganz gut, ne, da wo das lang ist, da stecken immer die Positionen ohne Stopp los drin, ne, ähm, und da, da ist er noch nicht drin, ich könnte mir vorstellen, dass er da scheut, dass er das, dass er rauszögert, einfach um die Leute zu ärgern, hier ist es egal, guck mal, wo der drinsteht, der steckt in dem, in dem ganzen Seitwärtsgeschacher, da ist nicht, da, 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 da gewinnt er keine, da verliert er und gewinnt er keine Kämpfe, ne, das ist die Geschacher, da tut er keinem weh, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich, das ist, man, psychologisch gesehen ist das manipulativ das Einfachste, was er machen kann, so der Bereich hier, ne, so, und da drüber, dann wird es jetzt ein bisschen interessant, weil die Zone halt, ähm, wie soll man sagen, er gibt damit halt, ähm, denjenigen dann wieder eine Angriffsfläche und das, 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 das macht er nicht immer, von daher, ich könnte mir das gut vorstellen, dass wir auf unserer Route bleiben möchten, die die deswegen drinnen lassen und, ähm, wie gesagt, das wäre, es wäre Klassiker, ne, das sind Leute, die dann Long drinnen, oder Short die ganze Zeit drinnen saßen, ähm, entweder rausgeflogen sind, äh, oder hier jetzt wieder Short aufgebaut haben, hier jetzt rausfliegen, ne, oder diejenigen, die hier Short drinnen waren, die sich dann Long ausgehägt haben, die sich plötzlich runter zu, das ganze Ding, plötzlich auf der Long-Seite angucken und irgendwann stehen sie wieder an ihrem Short-Einstand und denken sich, scheiße, weil dann können sie zwar ihre Shorts wieder realisieren, haben aber halt die Longs hier oben noch drinnen stehen und sowas, das ist halt wirklich Klassiker und von daher auch immer mein Redner, ne, beachtet ein bisschen auf euer Risiko, kleine Stops, Gewinne regelmäßig realisieren, ne, auch nicht zu lange liegen lassen, alles, damit man positiven Cashflow einfach hat, wenn man sich den ganzen Tag immer nur ausstoppen lässt, dann kommt man auch nicht vorwärts, dann bewegt sich das Depot auch, ne, nach unten und, ja, technisch kann hier nicht, das sieht alles gut aus, das ist noch genau dem, was wir hier vorgestern machen, die, wir hatten auch jetzt, das mittlere Bollinger, man haben ja auch gestern drüber gesprochen, ne, dass das vielleicht bloß kurz anstößt und sich dann hier irgendwie so ein bisschen seitwärts formt, das passt schon echt alles gut, also von daher, ich bin auch zuversichtlich, dass der da noch ein bisschen mitspielt, das wird aber jetzt der Donnerstag vormittag, der wird wichtig, ja, wo Donnerstag, die schlagen gerne auch zur Seite, das passt auch, wird auch wunderbar auf das passen, wir lassen das daher so stehen, ihr habt das ein bisschen gehört, dass er nicht zu schnell auch hoch darf, ne, also, so, ich sag mal, eine 400 am Donnerstag vormittag, das wäre eher unpassend, das wäre schon eher bullig zu werden, da, da müsste man auch ein bisschen das zurückstellen, ne, das unten raus Szenario, was ich habe, aber wenn der hier anfängt, irgendwie nach unten zu flattern, dann lasst den mal noch, lasst den mal noch ein bisschen, lasst den ein bisschen wackeln, der kippt dann hinten raus nochmal, das glaube ich schon zum Wochenende, zum Wochenschluss hin kippt der dann bestimmt nochmal. Okay, insofern machen wir hier einfach jetzt zu, ich wünsche euch Spaß, gutes Link und dann hören wir uns morgen nochmal, genau, ist ja dann noch ein Handelstag. Bis dahin, tschüss, viel Erfolg.